Im Airport Fitness in Belp können Sie viel für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden tun. Verbessern Sie Ihre Muskelkraft, Ihre Beweglichkeit und Ihren Kreislauf. Unter der Leitung von Walter Jossi betreut Sie hier im Fitness- und Gesundheitszentrum ein kompetentes und erfahrenes Team. Das Angebot umfasst Fitnesstraining und Krafttraining unter Anleitung und an modernsten Geräten. Auch Spezialgeräte wie Powerplate stehen Ihnen zur Verfügung. Sie können einzeln oder in Gruppen trainieren, was Ihnen mehr Spass macht. Der Wellnessbereich mit diversen Saunatypen sorgt für die Entspannung nach dem Training und die Erholung nach dem hektischen Alltag. Ergänzt wird das Angebot mit medizinischen Massagen und Sporttherapie. Machen Sie sich selber einen grossen Gefallen und kommen Sie zum Airport Fitness in Belp.